Und es ist mir egal, ob das Video jetzt provokant wird oder nicht und es ist mir egal, wenn ich alles hier damit erreichen werde. Mir reicht es schon aus, wenn ich einen einzigen davon erreiche und einen einzigen davon überzeugen kann, dass diese Rap-Musik falsch ist. Und ich möchte dir eine ganz logische Frage stellen. Wer ist dir lieber? Der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, der um dich gemeint hat, der alles dafür getan hat, dass du die Botschaft bekommst, dass du weißt, was dich in die Hölle bringt und was dich ins Paradies leitet. Oder ein AZ, der dir sagt, komm in den Drogen, komm mach das, mach das Schändliche, mach das Haram. Oder irgendein anderer dieser ganzen Mudika, der dir sagt, mach das Haram, mach das Verbotene, mach das Schlechte. Klar wirst du mir sagen, der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, okay, richtig. Aber wann hast du das letzte Mal ein islamisches Video hochgeladen? Wann hast du das letzte Mal ein islamisches Video geteilt? Wann aber hast du das letzte Mal ein Musikvideo geteilt? Sei ehrlich zu dir selbst. Du weißt doch, dass die Musik falsch ist. Und wir brauchen gar nicht darüber zu diskutieren, ob Musik Haram ist oder nicht. Denn die Beweise sprechen für sich, Musik ist absolut Haram. Natürlich hat man schon mal den einen oder anderen Fehler gemacht. Doch trotzdem möchte ich, dass du aufstehst und ich möchte dich aufwecken und dir sagen, fürchte Allah. Und das gilt zuerst an mir selbst. Das gilt zuerst an mir selbst und dann an dir. Mein Ratschlag, den ich dir gebe, zuerst einmal an mich und dann gebe ich ihn an dich. Und ich möchte ihn dir geben. Deswegen, lieber Bruder, liebe Schwester, lass diese Musik sein. Lösch deine Musik. Deswegen, lieber Bruder und liebe Schwester, du solltest wissen, wen du als Vorbild nimmst. Nicht wegen einem Rapper, sondern nehme den Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam als Vorbild. Das war es jetzt mit dem Video. Eine kleine Botschaft von deinem Bruder an dich. Abonnier den Kanal, teil das Video, geh ganz oben auf den Link in der Bio. Abonnier unseren Ersatzkanal. Hier das erste Video zum Ersatzkanal und hier der Abo-Klop für diesen Kanal. Und vergiss nicht, folg mir auf Instagram für schöne Sprüche. Assalamu Alaikum.